hallo liebe leute und herzlich willkommen zu einem let's play ravenport ja wir sind bereits in folge 45 der gute drescher hier der muss noch ein paar bahn ziehen bevor wir hier auch in einsatz schreiten wir könnten dementsprechend mit ihm hier eine runde vordüngen wir können natürlich auf die karte gucken ob wir nicht irgendwas schlimmes machen müssen und da haben wir es wir müssen kalken das natürlich der punkt wir müssen kalken das heißt also kalken und dann grubbern so sieht es dann erstmal aus dass ich jetzt mal wir werden auch bei ein oder zwei anderen sachen dann auch kalken müssen so was hatten wir noch vorher eine ganz einfache geschichte wir wollten in der folge dass ich letztes mal am schluss noch gesagt wollten wir hühner klauen gehen nein wir wollten schweine kaufen so sinnvoll ist es und den ganzen spaß in die wege leiten wir sind ja mit dem vorspunen durch wir sind der hiesigen bei jetzigen ernte darf der raps den die tiere auf jeden fall auch noch mit brauchen können wir sind von allen eigentlich so einigermaßen gut ausgestattet deswegen gehe ich jetzt aufs tier menü so meine idee ist wir haben rosa wir haben weiß wir haben schwarz und wir haben schwarz wir wollen nicht diskriminierend sein deswegen war natürlich von jedem fasten so simpel ist es die das wird diskriminierender weise sagen müssen ist aber dass sie 1500 kosten pro stück deswegen nehmen wir jetzt mal 1 2 3 4 5 6 wir hätten wir 24 schweine am anfang das sind jetzt 9600 das sind 6 1 2 3 4 5 6 und 1 2 3 4 5 6 und 1 2 3 4 5 6 und ich habe es bestätigt und da sind sie wir haben schweine schwein gehabt kann man sagen und gleich mal gucken ja hier nutzen sie alle schön rum gleich draußen schön am dreck am suhlen so muss das sein hier drin sind sie jetzt am gucken und sagen was ist das für eine scheiße gibt es überhaupt nichts zu futtern schon die wortwahl aber sie haben recht nur so simpel ist es deswegen bevor wir jetzt hier irgendwas machen der drescher kann sich auch selber tanken gibt es erst mal was zu saufen tiere wollt immer was zu saufen haben so ist das konzept deswegen gibt es als allererstes die derbeladung wasser und dann bräuchten wir theoretisch gesehen eigentlich was um die tiere noch zu versorgen am besten noch einen zweiten kleinen hänger wenn wir bei der anderen mit der ernte sind dass wir auch was machen könnten da müssen wir mal gucken was wir da so am start haben erst mal gucke ich mal wo ich hier kann ich hier schon das wasser loswerden irgendwas verstehe ich jetzt hier nicht ganz wir gucken fix bei den tieren so wie sieht es jetzt hier aus sauberkeit 100 prozent nö echt wirst du sauber mais weizen gerste soja das haben wir überall was von da wie ihr seht und wasser und stroh warum sagt er mir jetzt hier dass das wäre alles toll ich sehe gar nichts toll ich sehe hier draußen auch nichts was ich jetzt irgendwo wo ich was abliefern könnte da soll gülle rauskommen wie kann er jetzt sagen dass das für zehn tage alles okay es reicht aus um es zehn tage zu zu füttern ja aber es heißt ja nicht dass die kapazität auch erreicht irgendwie nicht hilfe hilfe meine tiere wollen nicht gefüttert werden er ist die frage ist das ein fehler vom stall wisst ihr das hatte man für euch die idee warum es so ist bin ich mit wasser an der falschen stelle futter sollte auf jeden fall im baum hoch hier mit sagen er macht das hier noch fast so weg ich lass das mal hier stehen macht den motor wieder an ich hole kurz den hänger her und versuche eine der futter sachen reinzuschmeißen guck ob das geht aber irgendwie ist das komisch da kann ich jetzt nicht sagen er wäre fertig hier mit das reicht für zehn tage das ist doch quasi hier haben überhaupt gar nichts sauberkeit ist sehr doll die haste wunder wenn sie nichts zu futter haben können sollen rum kleben also irgendwie ist das ich weiß nicht hoffe dass das gut geht was ich da gemacht habe weil sie nicht werde ich uns den stall stumpf wieder gut schreiben wenn der nicht funktioniert in der vollen summe und natürlich auch die tiere weil das dann kann ich den stall veräußern und dann müssen wir tatsächlich in den anderen stall nehmen wohl anführungsstrichen nur 100 tiere reinpassen mit dem normalen stadt aber wir gucken jetzt mal ich werde jetzt auch möglich nur eine ganze ganze kleinigkeit hier mitnehmen an futter nicht dass wir jetzt hier durch das futter auch noch ihren vermögen verlieren so soja fisch nicht das auch nicht so wer ist es aber ich habe es nur 600 liter mitgenommen die will ich da als gefälligst rein kippen können das ist mich schwer enttäuscht ich weiß nicht woran es liegt ich will es ist natürlich nicht gleich im stall in die schuhe schieben aber der hat schon mal wasser nicht haben wollen so wir wissen der traktor geht hier rein wir sehen auch der hänger geht hier rein die erste wille haben das ist die frage wo ich mit dem wasser hin muss vielleicht war ich aber einfach stumpf ok hilfe hilfe ich verkeil mich hier ich weiß nicht warum nervig blöde kleine ausfahrt so muss fertig gerade schieben so super man kennt das ja da muss man ein bisschen raviater angehen auf jeden fall brauchen wir vielleicht ein bisschen gängigeren hänger ja ich fahre gerade durch unsere frucht vielleicht ist er da doch ein bisschen eng gebaut gewesen muss ich zugestehen ich weiß jetzt leider immer noch nicht wo ich mit dem wasser hin soll deswegen eine ziemlich dubiose angelegenheit was wasser dann anscheinend hin muss weil ohne wasser machen die besten tiere das nicht mit das muss man so sagen wie es ist so wie weit ist unser drescher der macht hier die letzte spur wir haben ein zwei kleine korrekturen dann kann der auch so zum haus zurückfahren ich möchte jetzt echt wissen wo ich wasser unterbringe möchte das andere futter oder mehr futter da gar nicht und darf durch losfahren möchte das andere futter da gar nicht unterbringen wenn ich nicht weiß wie ich das wasser da irgendwo unterbringe so sieht das aus ich kann natürlich jetzt hier mal schön einmal aus in der runde fahren gucken ob ich irgendwo noch ein ach hier ich will sport hier darf der zweite punkte da geht das wasser hin ich habe die unterscheidung ich habe das für einen trigger gehalten das wasser geht hier draußen in den behälter rein und der punkt ist zu den tieren rein ja das ist ja schon mal zum glück alles gesichert so jetzt kann man auch gucken wie viel passt denn dementsprechend überhaupt rein wasser so mit 4.800 liter schon komplett durch das drüben ist schon mal fertig gelaufen das ist okay hier werde ich jetzt als allererstes auch eine runde ran holen rot habe ich angeschmissen sein komisches läppchen machen wir also läppchen machen wir aus die hilfe ich habe den kopf also ich war echt zu blind draußen das ding zu sehen aber zum glück habe ich noch gesehen wir machen den spaß hier weg der hänger steht da ja damit könnte ich es zur not auch eine runde einlagern ich wollte aber ich glaube das machen wir auch so wir fahren ihn jetzt mich zurück hier nicht so schmeißen krammeln hänger dann machen wir den hänger kurz leer und dann holen die anderen futter sachen dran gucken wir wie wir gebrauchen können das ist also gut dass wir es gesehen haben das wäre schade ich fand den stahl echt schön aber ich war einfach nur zu blind der stahl war alles super nur ich nicht so simpel ist das auskriegen jetzt geht es in die tierversorgung meine damen und her erstmal hier den hänger da vorne leer machen den hänger da vorne voll machen mit unser soja vom feld drüben dann machen wir da noch mal die ladung das dürfte ungefähr die gleiche menge sein dann holen wir den raps hier runter da können wir die ganzen hänger spaß dann gleich zu den schweinen reinkippen auf die schriechlage ja okay klar so wasser ist ja schon voll 24 schweine nennen wir unser eigen da sehen wir es ob schwarz oder wie auch immer jeweils produktivität ist nur bei zehn prozent was wunder sie haben noch nicht viel und sie brauchen den anderen spaß hier geht wahrscheinlich gar nicht viele rein meist ist das meiste und da sieht ihr den anderen spaß dann das kriegen wir hin und wir können vielleicht auch noch ein paar schweine mehr anschaffen oder vielleicht an das andere sehgerät denken dementsprechend 36.000 haben wir noch und wir haben noch einmal soja einkommen und wir wollten ja auch noch mal soja als einkommen haben und zwar mit der kompletten feld kompletten feldfläche das wollen wir noch auf jeden fall in die wege leiten auf jeden fall leite ich jetzt mal einen sprung in die wege ist ja eben kniebeln hier so lasst ihr natürlich jetzt erstmal hier vorne den kram weg machen was einfach daran liegt dass ich dann ähm nicht durch unsere früchte wenden muss ne das ist auch angenehmer finde ich so hier machen wir den motor an wir haben hier auch einen schönen platz noch daneben also hier ist echt noch auch noch platz ne also das ist echt gut hier haben wir echt einen schönen kleinen platz so für das wasserfass jetzt machen wir erstmal den sojapart da hinten rein und holen erstmal den rest gerste raus den rest gerste schmeißen wir da locker rein und dann gucken wir mal wieviel futter denen dann da über ist oder zur verfügung steht oder whatever oder so die soja bohnen fix weg weil die sind zu teuer um sie zu verfuttern so schöne runde ja ich war ja mit gerste angefangen dann sollen sie auch den restlichen gerste part haben so einfach ist es ne wenn denn richtig so und da hat danach den spaß schon mal rüber wenn denn richtig und rein und raus fahrtechnisch mache ich das glaube ich andersrum hört sich gewagt an ne ich hab jetzt hier ein bisschen Platz und jetzt fahr ich von dieser seite rein in den stall und versuche mich dann gerade zu halten und wir müssen wahrscheinlich auch noch Stroh hier reinbringen wie viel hier rein geht an Stroh weiß ich nicht so zum rausfahren können wir auch mal vorne gucken wie breit oder eng es ist so so ja ich bin leer jetzt kannst du ruhig wieder runter fahren ja überladen starten ich hab gar nichts mehr drin warum steht da unten noch gerste dran weiß ich auch nicht so ich fahr gerade raus gerade raus sollte klappen so wir haben ein bisschen mal den Hof aus der anderen Perspektive sehen hier fahren wir jetzt die schräge ran so und wir starten mit dem raps den wir haben das ist nicht super viel aber der kommt da rein der ölfruchtanteil ist ja auch nicht so riesig was sind ja ist glaube ich 50 prozent ist glaube ich mais 25 prozent ist glaube ich weizen oder gerste 5 prozent ist dings und muss das hier glaube ich 20 prozent sein so 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 raus damit ok ok das hat schon geklappt das müssen wir auf jeden fall noch sehen dass wir noch mais und sowas da rein kriegen mais brauchen sie am meisten deswegen gehe ich auch mal davon aus dass wir mais theoretisch gesehen da alles rein schmeißen können so wir gucken nochmal wie sieht es jetzt aus hier bei den schweinen die sagen immer noch 10 prozent produktivität raps ist natürlich das ist 3000 ist nicht so die riesige menge weizen sind wir ungefähr bei der hälfte also so grob 20.000 geht rein und wenn das nur ein viertel davon nur benötigt wird dann werden wir wahrscheinlich 40.000 mais unterbringen können wow das ist ja schon mal ganz heftig ne so aber was wir nicht für dingen nicht vergessen dürfen ist wir sind leider schon wie am ende der folge für heute so sieht es nämlich aus ich hoffe dass es euch gefallen hat wenn es euch gefallen hat lassen passenden daumen da ich würde mich natürlich sehr über den teilen und auch ein abo freuen ja und beim nächsten mal werden wir dann weitermachen tierversorgung komplettieren mais muss noch rein auf jeden fall stroh muss noch rein also wir müssen noch ein bisschen was machen auch und wir müssen natürlich ein bisschen rüben noch reinschmeißen dann dürften wir die 100 prozent quote über den schweinen erreichen und dann wollen wir gucken wie gut wir den kram hinkriegen dass wir noch ein bisschen kohle dazu kriegen und noch ein bisschen andere sachen aufstocken ja dann bedanke mich aber fürs zuschauen und sag dann bis morgen dann bis morgen gön u